Herzlich Willkommen zu einem klitzekleinen neuen Projekt auf meinem Kanal. Mensch, da fliegen mir beim Thema Little Nightmares, fliegen mir auch gerade schon so ein paar Little Nightmares von hinten aus dem Hals raus durch die Vorderzähne. Aber Freunde, das soll uns nicht davon abhalten, heute den zweiten Teil zu beginnen. Für Menschen wie mich kam er nun mal halt erst heute. Und ich hab ziemlich Bock drauf. Ich muss ganz ehrlich zugeben, vom ersten Teil, die DLCs haben mich jetzt nicht ganz so überzeugt. Deswegen hab ich die auch, glaube ich, nie zu Ende gespielt. Ähm, aber den ersten Teil an sich haben wir zu Ende gespielt und wir wissen alle, was uns hier so erwartet, glaube ich. Und deswegen starten wir einfach mal neu, ja. Es hat nämlich eine schöne Stimmung. Es ist irgendwie Liebe, auch wenn es eklig ist, ne. Ich erinnere mich noch, dass wir eine Treppe hochgegangen sind. Ganz, ganz am Ende. Um herauszukommen aus diesem merkwürdigen, ja, was... Ich weiß gar nicht, waren wir in einem Boot? Es war ja irgendwie ein Schiff, ne. Und dann war es aber irgendwie... Und dann war es eine Insel. Kaboom! Ich glaub, das ist... Kann das sein, dass das der Part ist von der Demo, die wir gespielt haben? Was macht man als erstes? Was haben wir gelernt bei Mario und Donkey Kong Country und anderen Sachen? Erst immer nach links gehen und gucken, ob da was ist. Kann ich den anmachen, den Fernseher? Ne. Aber hüpfen können wir, gut. Okay. Warum liegen eigentlich so viele Fernseher im Wald? Das ist die große Frage. Wir werden sehr häufig draufgehen. Aber ich werde es mir jetzt erstmal sparen, hier durch die Blätter zu latschen. So, hier war Rennen. Und hüp! Bäh! Der schimmelt voll. Das war Ducken. Das war Grapschen, oder wie, auf der Taste? Ah, so. Keiner da? Okay, dann gehen wir rein. Oh. Ich hab hier gestoßen. Aber egal, ich hab eine Papiertüte zum Schutz. Ih, guck mal, da hängen sie noch. Boah! Boah! Ich glaub, das ist alles noch hier so ein bisschen, um rumzuprobieren, oder? Oder soll ich mich da mal dranhängen? Soll ich mich da mal dranhängen, einfach? Mal gucken, ob das überhaupt geht. Geht. Hehe. Aber passiert nichts. Kann ich dem den Schuh wieder anziehen? Autsch. Ist ja irgendwie auch schön, dass das Spiel hier einen einfach so mal wieder reinschmeißt in die alten Geflogenheiten. Okay. Ah. Nein. Ah, Mist. Warte mal. Da oben wär ja noch ein Seil gewesen. Ah. Wahrscheinlich schon wieder 30 Secrets verpasst jetzt hier in zwei Metern. Das mag ich nicht an solchen Spielen. Das macht mich an solchen Spielen immer ein bisschen kirre. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich renne. Ich renne. Oh Gott. Okay, ich bin schnell genug gerannt. Jetzt lauf, 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 lauf. Ich muss nur einfach schneller, schneller sein. Oh Gott. Oh Gott, oh. Uh, okay. Ich wollte doch einfach nur durch diesen kleinen, hübschen Wald. Mehr wollte ich gar nicht. So, da gab's einen schönen Schwinger. Ich meine, das kennen wir jetzt schon aus der Demo, glaube ich. Die hab ich irgendwann im Stream gespielt. Das ist jetzt erstmal, damit man die Grundmechaniken hat, ne? Und man, oh, au. Ups. Das ist immer so dieses, ähm. Okay, jetzt nochmal. Achtung, fertig. Und spring, spring. Das hat nicht gereicht. Muss ich mich dann doch vielleicht hier abseilen? Ich dachte, man kann sich vielleicht da irgendwie, aber okay. Ist doch ein Seil. Oh. Naja, gut. Das brauch ich nicht unbedingt. Ich dachte, man kann halt einfach schön darüber hopsen. Und sich dann aus der Luft hier am Brett festhalten. So richtig Hero-mäßig. Aber okay, okay. Wenn's nicht, dann nicht, ne? Wenn nicht, dann nicht. So. Nehmen wir hier den alten Socken mit. Ha! Gut, das hat nichts mit klug zu tun. Ich erinnere mich daran. Ich wusste auf jeden Fall noch, hey, irgendwo hier muss man einen Schuh werfen. Ich dachte eigentlich, das wäre wegen diesen Bärenfallen. Die kommen ja dann auch noch irgendwann. Da liegt schon eine. Da liegt schon eine. Will ich aber gar nicht. Aber es ist halt auch so schön gemacht, ne? Man ist so ein kleines Männchen. Und der Stock fühlt sich halt schwer an. Ne? Das find ich schön. Das hat, es ist eine angenehme Haptik. Ah, so. Schlagen wir uns mal hier durch. Tannenzapfen. Ja, die werf ich so gern. Denn hier im Wald, da spielen wir. Mir liegt es gar nicht fern. Tannenzapfen werfen ist eigentlich verboten. Doch, damit man nicht stirbt. Ist es besser als zu koten. Oh, 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 oh. Okay, okay. So, jetzt wird es eklig, nämlich. Jetzt wird es eklig hier. So eine alte Hütte im Wald. Da ist nix. Und hier. Das ist ja wie eine Einladung eigentlich schon. Hm, hier gab es einen leckeren Eintopf. Lecker. Guck mal, da ist noch irgendwie eine Kartoffel oder sowas drin. Okay, gehen wir mal hier lang. Da geht gerade gar nix. Gehen wir halt da hin, wo uns die Musik. Entgegenhalt in aller Gemütlichkeit. Ah, ich erinnere mich. Hier kommt das Hackebeil zum Einsatz. Glaube ich. Oh. Doch nicht. Ein bisschen Garn. Wenn er... Hä? Hä? Kann ich das nicht vom Boden aufheben, da das... Ding? Nö. Okay. Ah, die brauche ich. Ah, ich hatte irgendwie so ein Hackebeil in Erinnerung. Es hat halt einfach so eine wunderschöne Stimmung. Es ist so trüb und düster. Hier ist Johnny. Mach die Tür auf. Hier ist Johnny. Mach die Tür auf. Komm mit mir, wenn du leben willst. Ah, voll gemein. Voll gemein. Aber ich wollte mal eben gucken, ob man hier noch irgendwie... Nee, hier kann ich nur auf den alten Kadavern irgendwelcher Leute tanzen. Ich fand es auch so schön, dass sich das beim letzten Teil dann immer so ein bisschen geöffnet hat. Klar, beim letzten Teil war es halt so, dass die Leute... Da wurde immer hart gespoilert. Ich kenne die Story. Das ist ja auch immer schön, dass die Leute die Story kennen, aber... Das Spiel ist ja so aufgebaut, dass man... Ähm... Die Story selber Stück für Stück irgendwie gezeigt bekommt. Oh, ey, guck dir das an. Guck dir das an. Es ist halt einfach nicht schön. Es ist halt einfach nicht schön. Oh. Irgendwer hat sich hier seine besten Freunde gebastelt. Aber Hunger haben die nicht. Hey, komm. Okay, okay. Okay. Zack, ein alter Schuh. Also mit alten Schuhen haben sie es, ne? Das war beim letzten Mal auch schon so ein Problem. Irgendwann macht er ganz schön Krach. Oh Gott, und ich bin mir ganz sicher, hier werden wieder viele, einige Szenen werden hier kommen. Wo es wieder heißt, Leute, ich stecke fest. Was soll ich tun? Und dann irgendwas Offensichtliches, irgendwie was vollkommen auf der Hand liegt. Hm. Achso, genau. Wir können ja jetzt dann hier... Ich hoffe, dass die Mechanik das Spiel hinterher nicht irgendwie, ne? Also, die muss schon echt funktionieren. Damit du halt offensichtlich auch erkennen kannst, wo du hin willst. Eklig. Oh nein. Unangenehm. Unangenehm. Ich leih mir nur ganz kurz ein Stück von der Hand hier aus. Ja, wenn das okay ist. Hier kann ich ja jetzt zum Beispiel gar nicht hoch. Weil wir hier nicht... Was sieht so aus, als könnte man da rauf? Autsch. Na dann, kurbelst du oder kurbel ich? Okay, du kurbelst. Sehr gut. Den alten Madensack. Pff. Auf einmal redet Google wieder mit mir. Ah. So, da haben wir nämlich einen schönen Schlüssel gefunden, ne? Stecken wir einen. Dann, dann, dann. Kannst du mir helfen? Schrank öffnen. Manchmal ist es dann auch ein bisschen logisch, einfach Kreis. Ne? Einfach mal den Schrank öffnen. Die Schublade, Entschuldigung. Ne? Weil im letzten Teil war es auch schon so, dass die Steuerung dann an manchen Stellen so ein bisschen clumsy war. Dass der nicht so schön reagiert hat, wie man es gerne hätte. Aber hier scheint es ein bisschen besser zu sein. Nur halt jetzt diese Mechanik mit dem zweiten Mannequin. Die wäre schon sehr gut. Schleichen uns zusammen hier raus. Oh nein, ich wette, das wird irgendwann sterben, das Männchen. Sie werden einem einen guten Freund geben, der einem hilft. Und dann am Ende muss er sich opfern oder so, nur damit ich wieder rauskomme. Oh, hier, da wird gegerbt. Da wird gegerbt. Das ist ekelhaft. Wir schleichen uns vorbei. Wir schleichen. Okay. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist auch was, was mir beim ersten Mal nicht so ganz ersichtlich gewesen ist, was jetzt dann passiert. Oh Mann, ey. Das zum Handgreifen RT halten Da ist nichts, keiner da, oh Gott Jetzt habe ich mich selber ein bisschen erschrocken Das habe ich jetzt nicht mehr bedacht, dass das so Mal gucken, ob er mich hier sehen kann Aua Mann, hältst aber auch einen Atem immer an Na komm Ja, ich weiß, ich will in das Loch da, aber Da war dann nämlich auch die Demo zu Ende Komm, komm weg hier Boah, der schießt da rein, der Lump Mach den Maulwurfsjäger Okay, das ist doch schon mal Huh Schaffst du, schaffst du? Ja So, dann haben wir doch jetzt erstmal unsere Ruhe hier, oder? Guck mal, was ist das hier? Kann ich da irgendwie dran ziehen? Ja Ja, und nu? Okay, okay Und HEP Da muss man sich aber auch schon vertrauen bei so einem, bei so einem Sprung Das macht man jetzt nicht eben so Oh nein, da oben Ist das das mit dem Regenmantel, das Kind? Sieht so aus Ist auf jeden Fall so ein kleines Regencape Oder zumindest die Mütze davon Hmm? Hmm Sieht aber schon viel älter aus Gesammelte Hüte Gesammelte Hüte 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 Oh ne, da hinten ist er wieder und sucht Warum ist er denn jetzt so Warum ist er denn jetzt so Oh? Oh Mann, oh man, oh man, oh man, oh man Oh, ich hoffe, das ist Matsch. Das kann ja sonst was sein. Ich latsche einfach mal los. Ich latsche das Wort. Boah, eklig. Was man nicht alles tut, um zu überleben, ich finde es gerade voll spannend, deswegen bin ich gerade vielleicht, äh, wie ihr merkt, ein bisschen still. Aber ich finde es halt gerade echt super spannend. So, jetzt ist der erst mal, oh Mann, ich dachte, wir sind denn jetzt erst mal los irgendwie, aber. Oh, nö. Das war's mit, wir sind denn erst mal los. Oh Gott, was, was jetzt? Boah. Wow. Krass. Okay. Das war echt heftig. Leute, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle jetzt dann eine kleine Pause, äh, und, äh, verarbeiten erst mal, was hier gerade passiert ist. Sehr gutes, spannendes Spiel, ich freue mich schon, das mit euch ein bisschen durchzudaddeln, Freunde. Und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, erfolgreichen und, äh, schlammlosen Tag. Und, ja, wenn ihr Lust habt, ne, dann bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit au.